Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist ihr hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Snakes Revenge. Oh mein Gott, werdet ihr alle mich bekloppt? Oh, das Spiel ist so schwer jetzt hier. Wir sind in Gebäude 5 und jetzt geht's zum Gebäude 6, letzte Gebäude des Spiels. Wir haben übrigens zum letzten Part den versteckten Mike gefunden, ne? Hier, hinten Mike. Das ist eigentlich ein Mikrofon, aber die Übersetzung, ne? Hinten Mike, der versteckte Mike. Wir haben die Wadi-Armor, wir haben die Stiefel gefunden, wir haben richtig viele coole Items gefunden. I love it, wirklich, das ist gut. Good stuff. Und jetzt beginnt die Hölle wieder. Eine 2D-Side-Scrolling-Action-Passage. Headshot voll ins Knie, haha. So. Sneaken, 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 mhm. Und der Abschnitt ist aber einfach bis jetzt. Sollte ich nicht so laut sagen, ne? Reden hier von Snakes Revenge. Das Spiel kennt nur Fallgruben und unfaire Sachen mittlerweile. Wie soll man in der Kamera ausweichen, wenn ich das mal so sagen darf? Hätte ich mich da ducken sollen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Auch geduckt. Hätte mich das erwischt. Wir werden zu Hause, wenn einfach für... Für Science. Ja, okay. So unfair ist das Spiel dann noch nicht, wa? Muss nur wissen, wie es geht. Das ist das Problem, weil ich das Spiel noch nie gespielt hab zuvor. Ich springe hier rum, als wäre ich Super Mario. Danke. Hätte mich das Ding entdeckt. Wir haben wieder vor oben Bomben geflogen und... Naja, was soll ich sagen? Alles wäre unter Strom gesetzt worden. Das wäre nicht cool, sag ich euch. Wir haben nur noch so 7 Sauerstoffcontainers. Das ist auch nicht cool. Ihr seht, wie lang dieser Gang ist. Auch nicht. Ich erinnere mich. Das war dieser Gang mit diesen 100, wenn die Monster sprengen muss vor das Spiel. Einfach checkt. Hä? Hast du genug Sauerstofftanks? Bist du cool genug? Wie viele Sauerstofftanks hast du denn? Ach, es sind doch nur 2. Es ist hier über 3, wieder von wegen 6. Es sind ja nur 2. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hashtag Game Design. Los, Snake. You can do it. Du hast leicht reden, wenn du nur am Let's Playen bist. Na, willst du Snakes Revenge Let's Play? Vertrauen sie nicht viel daran. Ich bin gleich am Ersaufen. Ich sterbe. Oh, wie gewollt. Was ist das für eine Scheiße? Ich muss mich jetzt hier erwischen lassen. Vom eigenen C4, weil ich sonst die Wand nicht aufsprengen kann. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Ich sage dazu nichts mehr. Und ja, das war jetzt kein Scherz. Ich muss mich wirklich davor erwischen lassen. Oh, guck mal, jetzt. Darf ich mal sagen, wir hatten 9 Sauerstoff-Container, glaube ich. Oh, es hat nicht gereicht für diesen Abschnitt. Oh, wie soll ich das denn machen? Wie gesagt, ich bin nicht Super Mario. Sehr viel überstellt auf jeden Fall, muss ich schon zugeben. Kamera? Die sieht uns aber, glaube ich, gar nicht. Die Kamera ist immer schlecht. Boah, was hast du denn da für einen Mist fabriziert? Die Kamera hätte meine Großmutter ja besser eingerichtet als du. Ja, ach, Könners. Ich muss doch springen, um über die Mine zu kommen. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich muss springen, um über die Mine zu kommen. Oh. Jetzt muss ich ein Safestate machen, um über die Fallgrube zu kommen. Ja, das sieht aber auch schon so aus wie eine Fallgrube, ne? Und es gibt keine Möglichkeit, die Fallgruben aufzudecken. Okay. Man merkt, ich bin schon paranoid. Oh, jetzt haben wir hier wieder mehrere verschiedene Wege. Was hat das denn jetzt? Ich habe die Pläne von Metal Gear 2 gefunden. Der feindliche Kommandeur plant, Nuklearraketen über die ganze Welt zu verschießen. Beeil dich, Snake. Ach Mensch, ich dachte, er will nur kuscheln mit uns. Hä? Hey, Leute, wo sind wir denn jetzt? Ich check das gar nicht. Ja. Ich verlasse mich nicht auf meine Karte, die ich im Internet gefunden habe. Weil die ist so mikroskopisch klein, weil das Gebäude halt riesig ist. Das ist alles Finale-Gebäude. Das ist böse. Das ist diabolisch. Von daher gucken wir einfach mal. Und dann gucke ich am Ende, ob ich alles habe. So, jetzt beginnt der Spaß. Gebäude 6, nämlich das, was ich meinte. Sieht halt aus wie Gebäude 5. Sieht auch aus wie so eine Burgruine. Hat auch die gleichen Wachen. Aber was meine ich? Ich meine halt, das Fallgruben-Fiesta of Doom. Und für erstellen, Fallgruben, Pain and Suffering, mit anderen Worten. Das ist, was uns hier erwartet. Boah, wieso können wir hier so viele Flares tragen? Na gut, dann brauchen wir die aber auch. Kadeo. Haben wir seit dem Schiff nicht mehr gebraucht. Schade eigentlich, finde ich witzig. Ich werde wie so eine Lampe in den alten Zelda spielen. 30 Flares. Ich glaube, mehr geht nicht. Claymore könnten sie mir mal wieder geben. Fände ich schon Knorke, ey. So ein Claymore wäre echt ganz nett mal wieder. Nicht schießen. Ich weiß gar nichts. Aber so gar nichts. So absolut gar nichts. Gar nichts. So wirklich gar nichts. Halt dein Mund. Wirklich. So gar nichts. Alex. Ja. In alias Gas. Unser Commander ist unverwundbar. Ist voll der krasse Dude. Keine Waffe kann ihn verletzen. Er ist unbesiegbar. Game over. Haha. Haha. Ja, don't shoot. Gleich shoot ich doch, wenn du so weitermachst. Du Affenarsch. Oh Gott. Die Sissy Guards, Leute. Ja, die heißen wirklich so und deswegen spreche ich die auch so. Bank. Es riecht nach Safestead und Fallgrube. Ich fahre nur jetzt. Schreibt es in den Kommentaren. Hier sind doch gar keine Fallgruben. Es ist hier. Wie kannst du nur? Wieso? Wieso erwartest du mal eine Fallgrube? Hier sind doch gar keine. Oh, girl. Ich habe es verstanden. Jennifer, ey. Die habe ich auch seit Melchia Miss X gegessen, ey. Wo die Raketen mehr verliefern muss. Das war so eine komische, kryptische Stelle. Das war echt nicht nice. Granaten gefunden. Noch mehr Granaten. Renate. Das ist auch so eine Granate. Wer ist Renate Snake? Alte Freundin. Alte Beziehung. Mit der habe ich auch nichts mehr zu tun. Das war auf jeden Fall eine wilde Nacht. Äh, okay. Ich mische mich da nicht ein, Snake. Nimm mal eins. Snake und die Girls. Oh, Leute. Ja. Jennifer. Komm, drop doch mal was. Ich hätte hier eine Fallgrube gewesen, der sich schon ausgerastet hat. Bonk. Hallo. Ich möchte gerne reinkommen. Hallo. Hallo. Kicker Nummer eins. Nee. Kicker Nummer zwei. Nee, ja. Ja, okay. Danke für deine Hilfe. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil es gibt hier auch Geiseln, die sich in Luft sprengen. Fake Geiseln, wenn ihr so wollt. Ich mache nochmal ein Safe State, weil ich dem Spiel nicht traue. Fake Geiseln. Auch sehr tolle Neuerungen. Gut, ein bisschen war es mit Petrovic Martna ja auch. Mit dem Fake. Ich sehe, hier war noch nicht eine Fallgrube. Du bist absolut paranoid geworden, Cecile. Du bist paranoid. Ich habe die siebte Keycard erhalten. Snack? Applaus, Applaus. Ich bin Korn mit der Frosch. Okay. Ich sehe, du bist paranoid geworden. Diese symbolische Scheiße hier. Das ist wirklich von Diablo, vom Teufel selbst erstellt, dieser Dungeon. Ja, fühl dich geehrt, Big Boss. Dass ich dich als Diablo betitelt habe. Findest du wahrscheinlich auch noch geil. Teufel zu sein, findest du echt toll. Ich weiß das doch. Ich kenne dich doch online. Oh nein. Oh nein. Kommen hier normale Wächter? Nö, hier kommen Granatentypen. Ah, die können über die ganze Map schmeißen. Das ist natürlich witzig. Wir haben langsam nicht mehr so viele Sachen. Das ist ja cool. Komm, wir nehmen mal die Armwatch West. Ich bade die Armwatch. Und ich sehe gerade, ich muss farmen. Ich muss schon wieder farmen. Keine Muni mehr. Nix. Gut, dann farme ich mal West gleich. So Leute, ich habe wieder ein bisschen gefarmt. Echt. Man muss es machen. Man muss es mal in dem Spiel. So, und da oben waren wir gar nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich habe irgendwas übersehen. Wir müssen uns hier auf der Ebene nochmal umschauen. Ist ja nicht weiter schlimm. Und ich dachte mir jetzt so, komm, wir sind im Endgame. Nimmst du mal das Messer. Ich habe jetzt irgendwo gefarmt. Bam. Ich habe es eigentlich vermisst. Vollzeit ist vor allem so. Bam. Piau. Spiel nicht Counter-Strike. Spiel immer noch Metal Gear Snakes Revenge. Das absolute Masterpiece. Ah, scheiße. Ja, okay. 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 Ihr wolltet es ja nicht anders. Dann kommt es ja jetzt. Die Shotgun. Dann kommt jetzt halt die Shotgun. Ihr wollt es ja nicht anders. Ja, und der Dude, der fühlt sich jetzt ganz toll, weil er sich da verschanzt und deswegen der Alarm nicht ausgeht. Aber ich bin halt schlauer als er, Leute. manchmal muss ich mich selbst loben für meine Intelligenz. Und das Beste daran ist meine Bescheidenheit. Okay, ich glaube, es stimmt, wir sind in die Mitte gegangen und nicht hier lang. Ich verstehe. Und jetzt nach unten, ne? Da war nämlich... Was war denn da? Ein Geisel, glaube ich. Oder? Boah, Leute, ich weiß es nicht. Ja, aber hier kommen wir ja gar nicht lang, Leute. Weil da ist ja die böse Fallkugel und denen geht das doch nicht. Da haben wir aber doch schon alles gesehen. Ich komme ja endlich hin. An dieser Fallkugel komme ich nicht dran vorbei. Das geht nicht. Kein Item der Welt. Hier waren wir überall. Na gut. Dann würde ich sagen, geht es doch wieder straight up in den Fahrstuhl. Jetzt halt das Messer. Ich könnte hier richtig cool messern. Jetzt wäre ich so die Counter-Strike-Pro-Gamerin. Aber ich nutze trotzdem die Gando. Das ist... Ich finde mich sehr traurig, was ich hier fabriziere. Guck mal, es gibt nämlich noch diesen Bereich. Da haben wir ja noch gar nicht. Mann! Warum das ist? Du nervst. Der Kommandeur ist auf dem obersten Stockwerk dieser Basis. Schön. Hättest du bestimmt früher oder später allein herausgefunden. Just saying. So. Man nennt mich Mickey Messer. Kept you waiting, huh? Kept you measuring. Oh. Leute, es wird wieder Zeit zu schreien. Bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Kraft! Snack, du bist ein toller Voice-Actor und Replayer. Ich bin stolz. Kicker Nummer 7. Da bin ich auch stolz drauf, dass es direkt die richtige war. Explosive! Plastik Springstoff! 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 Spring, Spring, Springfield! Ich werde verrückt, Leute. Das Spiel macht mich geistig. Eben habe ich noch von meiner Intelligenz gepreit, aber setze mich geistig in einen Zustand einer Vierjährigen. Oh. Wow. Mensch. Dass ich das mal erleben darf. Die Flare Gun ist mal wieder von Nöten. Hehe. Ja, ja, ja. Wir sind alle so lustig. Leute, glaubt ihr, dass da ein Loch ist? Ich glaube, sogar hier war ein Loch drin. Die übertreiben jetzt nämlich komplett. Also mit der Menüführung vielleicht auch am Ende des Spiels werden wir das Keycard Nummer 1. Keycard Nummer 2. Nein. Keycard Nummer 3. Nein. Keycard Nummer 4. Ja. Zum Glück weiß, wie diabolisch das Spiel ist. Ja, Rang 6. Der Max war alle Rang. Danke für deine Hilfe. Ja. Gerne geschehen mit deinem russischen Akzent. Ich werde mir jetzt selbst helfen und sonst endlich eine Klopse indem ich diesen Safe State setze, weil aber Rang 6, Leute. Jetzt können wir die Max mal Anzahl Dein Items tragen. Diese Spiele! Und die Mäte du machst das im Dunkeln so. Haha. Haha. Und ich wusste, dass hier irgendwo ein Fall Google ist. Und ich weiß, was es auch hier ein ist. Diabolisch, diabolischer Snakes Revenge. Da oben ist gar nichts. Oh, Leute. Ich weiß, warum ich hier in Safe State gesetzt habe. Dass die unfaireste Stelle in ganz Metal Gear Solid ist. ver... Ja. Ich hab Spaß. Ich glaube, es ist sogar spaßiger, auf Wiese zu einer Kuh zu gehen und warten, bis sie kackt und im Trichter die Kacke zu inhalieren, anstatt dieses Spiel zu spielen. freut mich wirklich, was spaßiger ist. Die Kacke der Kuh zu inhalieren oder die Spiele zu spielen. Nach wie vor mag ich das Spiel, aber das hier mit dem Fallgrum? Nein. Nein. Es gibt manche Stellen, die einfach nur zum Abfacken gemacht sind. Typische NES-Games, NES-Games. Für ein NES-Spiel ist das sogar ein richtig gutes Spiel, kann ich euch sagen, weil die meisten NES-Spiele sind halt nicht gut gealtert oder viel zu schwer und kryptisch und echt nicht gut gealtert und Kacke auch. Aber das hier grafisch immer abwechslungsreich und alles war schon cool. Aber manchmal merkt man dann doch, dass es ein NES-Spiel ist. Genau. Na, Sissi Guard? Nicht schießen! Unsere Waffen sind bereit! Unsere Waffen sind bereit! Ich bin auch bereit, Nick, wenn du willst, ne? ich hätte Lust. Sorry, aber ich bin nicht vor anderen Ufer. Was nicht ist, kann auch werden. Ein bisschen B-Shotney. Und für die Hater, die jetzt sagen, du hast was gegen Leute vor anderen Ufer, ich bin selber lesbisch. Also, ich darf solche Witze machen. Ich darf solche Witze machen. wenn es jemand darf, dann nicht. So, wie man ein Safe State. Ja, weil die Sissi Guard heißen, Leute, googelt bitte die Übersetzung nicht. Doch, tut es. Tut es. Macht es. So. schon eine 10 von 10 in das Spiel war. Okay, Snack. Good job. Good job. Bruder Junge. Good boy. Hast du dir einen Keks verdient? Ein ganz braver Junge, ein ganz lieber Junge, Leute, ich werde verrückt vor dem Spiel. Anfang so richtig chillt und noch richtig Spaß und jetzt bin ich schon mad. Es ist nur Madness. Ja, ihr mich auch. Ihr mich auch, als ob ich das jetzt mal gucken, was hier ist. Vielleicht noch weitere Fallguben, das wäre ganz cool. Die vermisse ich nämlich. Sieht aus wie der Raum, wo mein MSX 1 gefangen genommen wird. Da wurde Snack ja gefangen genommen. Gut, wir müssen ja durch, durch den Super Monkey Ball Raum. Eigentlich habe ich das auch mal ganz gut gemacht. Oh. Wait, what? Ah, da oben ist nur eine Geißel. Echt? Ja, da oben ist nur eine Geißel. Komplett optional. Und eigentlich brauchen wir die auch nicht mehr. Wir haben eh schon Rang 6, aber ich habe euch die 100% versprochen und deswegen gibt es auch die 100%. Oh Gott. Der Abschnitt ist... Die Dinger denken auch, sie könnten Sonic Dead Shock imitieren oder so. Cool. Snake, hol dein Hundefutter und dann falle tot. Ich hätte eine Falle gemacht als Entwickler. Ja, ich wäre noch gemeiner als Entwickler. Und ja, warum beschwere ich mich da über den Schwierigkeitsgrad? Weil ich eine Sadistin bin. Eine gemeine Sadistin bin. Ich leide, das ist nicht so lustig. Aber ich als Entwickler würde genau solche Spiele machen. Und hell, da hätte ich eine Fallgubling gemacht, wirklich. Nice try. Boah, was Metal Gear ist, ey. Kann man das essen? Boah, ich bin ja so Mechaniker, ne? Mechatroniker. Boah, da habe ich so meine Zahnräder und baue so Sachen zusammen und so voll krass, ey. Metal Gear, Metallzahnrad, geil. Metallzahnrad, solide. Krass. Ey. Was ist Metal Gear? Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, Leute. Ich weiß gar nichts mehr, ey. Ich werde verrückt vor dem Spiel. Ich glaube, die Rationen haben wir voll. 18 ist das Maximum. Ja. Das wusste ich nämlich noch. So, und weil das Spiel so nett ist, machen wir hier mal einen Safestate. Deswegen bin ich auch nett zum Spiel und trickse ein bisschen. Weil sonst mal wieder beim Fahrstuhl, ganz am Anfang, Leute. Das Spiel kennt keiner. Genau, das scheiß, was war es für eine Keycard? Keycard Nummer 5? Ja. Okay. Oh, das habe ich nicht versucht, da rüber zu gehen. Ja, ja, ja. Das Spiel hat die Kraft des Messers. Ich bin der Dagger Stabber. Snake. Du machst ganz schön gefährliche Sachen. Du lebst gefährlich, sagen wir es mal so. Ey, Dagger, ich habe einen Dagger Digger. Cool. Ja, das kriege ich ganz gut hin, ne? Safe Stato. Das ist die Fallgrubenmusik. Das ist offizieller Fallgrubenfilm. Oh mein Gott, das ist dieser Scheißraum. Wenn die Fallgruben Nationalmannschaft Fußball spielt, hört ihr dieses Film. Einigkeit und Recht und Fallgrube für das Fallgrubenland. Ey, warum werde ich da immer wieder zurückges... Was soll ich hier machen? What the actual hell shit? Brauche ich die Boots? Was soll ich machen? Ich werde immer wieder zurückgeswitcht. Nehme mal die Amor West. Nehme ich wenigstens weniger schauen. Ich habe immer noch keine Gasmaske. Die gibt es auch nicht in dem Spiel. Das ist ganz toll. Ach so, die Amor West kann ich ja nicht nehmen. Nur Kanye West. Ja, was soll ich jetzt hier machen? For real? Ich weiß nicht. Und ich weiß auch, die Keycard nicht mehr. Okay. Also klar sollen wir das in Luft sprengen. Ja. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass ein Gasraum mich zurück teleportiert. Ich komme da wieder nicht hin. Ich komme da wieder nicht hin. Was ist denn das für ein beschissener Dreck? Ey, Leute, es geht nicht. Ich werde sterben. Es geht nicht. Ach so. Wenn ich nicht renne, dann geht es oder was? Echt, was ist das denn jetzt für ein Bullshit schon wieder? Von einem Bullshit zum nächsten Bullshit und raten wir, was Despawnd ist. Ich kann das C4 nicht legen. Ich kann das C4 nicht legen. Ich kann das C4 nicht legen. wie geil. Gutes Gameplay. Und ich muss warten, bis das C4 explodiert. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist das Schlechtste am gesamten Spiel. Gebt mir die Fallgruben wieder zurück. Ich wünsche mir gerade die Fallgruben wieder. Komm, ich gehe da hin. Will das C4 legen? Nö. Er wird wieder zurückgeteleportiert. Er wird eine Wand reingezogen. Von wegen. Gasraum. Das ist ein Sograum. Ein Staubsaugerraum. Kaufen Sie jetzt unseren neuen Staubsaugerraum. Was ist das denn? Hier, ich werde immer wieder zurückgesaugt. Das ist ein Staubsaugerraum. Was ist das für eine Scheiße? Das Snakes Revenge. Jetzt weiß, warum alle Spielhelden. Leute, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Mit der A-Tast, in meinem Fall die X-Tast, lege ich das C4 und es geht nur in einen von einen Millionen Fällen. Kann ich hier bitte raus? Welche Keycard ist von nöten, dass ich aus diesem Höllenloch rauskomme? Oh nein, jetzt bin ich im Gasraum und weiß nicht, welche. Oh mein Gott, dieses Spiel. Keycard Nummer 7. Okay. Wisst du, was ich jetzt mache? Oh mein Gott, ich gucke mal, wie wenig Dings wir jetzt noch haben. Wisst du, was ich jetzt mache? Es gibt da so einen schönen Knopf, der heißt F5 auf dem Nestopia-Emulator. Boah. Dieses Spiel. Guck mal, hier, ich will es mir und dann denkt man sich so, ah, da habe ich ja was vergessen, ich darf den ganzen Scheiß nochmal zurück. Und guess what? Der Respawn, und auch der Block, muss man nochmal durch den Gasraum. Hätte ich richtig Lust drauf gehabt. Nochmal durch den Gasraum, wäre schon, Premium, oder? Keycard Nummer 4. Ja. Keycard Nummer 4. Ich glaube, der sprengt sie in Luft. Ja. Wir haben dich voll verarscht. Ja. Ich habe euch verarscht. Weil ich wusste, dass das passiert. Ich könnte meinen, ich bin eine Zeitreisende. Ich weiß, einfach alles. Ich bin einfach zu schlau für euch. Wenn er ehrlich ist. Okay. Ich lasse ihn mal im Leben. Sieht aus wie so ein Zombie-Wächter, ne? Mit so einem grünen Gesicht. Oh, hier brauchen wir die Boots. Die Boots. Zieh mal die Bottom an. Snake. Jetzt weiter hier. Weiter hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da guckst du blöd. War Big Boss? Mit den Boots. Ist das hier im Walk in the Park? Was denn das Wort? Hitboxen. Hitboxen. Snakes Revenge. Oh. Ach. Ja, und hier ist diese tolle Stelle. Rechts oder links, Leute? 50-50 Chance verkackt. Ich bin vergiftet. Ich bin am Arsch. Ich werde sterben. Zum Glück habe ich die Antidots gefarmt. Hierfür braucht man die nämlich. nicht. Denn Big Boss dachte sich so, hm, die alten Azteken haben doch Pfeifallen verwendet in ihren Heiligtümern, um die Schätze zu schützen. Pfeifallen mit Giften und so. Das kann ich auch. Und dann baut er das da ein. So ein Idiot, ey. Ja, so Pfeilen halt, ne. Und all das nur für den Scheiß, ja. Backpack. Ich habe ein Backpack erhalten. Einen schönen Rucksack. Geil. Von Louis Vuitton? Ne. Nur für all die Scheiße. Ja, Snake. Das Leben ist kein Wunsch-Konzert. Äh, der Rucksack ermöglicht es uns, mehr Items zu tragen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Kann man hier noch was sprengen? Ähm, weiß, wie die rauskommen, kann man die natürlich erwarten. Zum Glück. Irgendwas stimmt hier nicht. Boah, die Steuerung, ne. Weil ich das X-Ray ausgewählt habe, kann ich mich nie bewegen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich muss das leider jetzt mal nachschauen. Cool, meine Online-Karte sagt mir auch nicht, wo es lang geht. Aber durch durch das Betrachten der Online-Karte habe ich noch mehr die Vermutung, hast du irgendwas sprengen müssen. Eine random Wand oder so. Lieben wir. Ah ja, sonst machen wir uns hier durch. Buxieren, was kein Problem ist. Ich habe noch nicht viel gefunden. Also Backpack, ganz cool. Kannst halt mehr Waffen, Items tragen. Ist ganz nett, I guess. Hier bestimmt dann eine Wand. Habe ich recht? Ja. Cool. Will natürlich auch wieder die Alarm auslösen, da freue ich mich auch. Deswegen ziehe ich direkt die Rüstung an. Die Rüstung. Gut, Buddy-Armor, Körperrüstung, ne? Und wir setzen hier das C4. Oh ne, da kommen wir die Selbstmordantäter. Lass mich raten, hier ist da auch was zum Sprengen. Oh ja. Oh ja. Komm, gib mir jetzt noch eine random Fallgrube und dann liebe ich das Spiel. Okay. Ich mache da noch nicht auf. Ich mache da noch nicht auf. Ich will jetzt erst den Raum betreten, wo wahrscheinlich eh nichts Wichtiges drin ist, oder? Was ist das denn? Ich glaube, hier brauchen wir den versteckten Mike. Mike, komm mal raus. Die Schuhsohlen, Leute. Die Schuhsohlen sind der einzige Schwachpunkt und nur mit den Minen kann man ihn verletzen. So weit, ich weiß, man muss halt mit den Schuhsohlen über die Minen laufen. Wow, Big Boss, deine Schuhsohlen. Ich wusste schon immer, dass das irgendwann zum Verhängnis wird. Die Schuhsohlen von Big Boss, Leute. Ja, und das ist alles, was der Hidden Mike macht. Mehr macht er nämlich nicht. Der versteckte Mike. Ja, ich habe das nur ausgerüstet, okay. Das wollte ich wissen. Okay. Amor und Shot. Motherfucking Garn. Jetzt würden wir hier Doom spielen. Na, wer will, wer hat noch nicht? Jetzt kann ich nämlich auch ums Eck schießen, da guckt er blöd, ne? Jetzt cheat ich genauso wie hier. Klar, wir haben viel Rationen aufgebraucht, aber es sieht eigentlich nur ganz gut aus, wenn ich ehrlich bin. So viel kommt da jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, bald habe ich CC jetzt Revenge und muss das Spiel nicht mehr spielen. Oh ne, er ist doch schon wieder hier. Ja. Try and Error verkackt. Ist ja immer abwechselnd. Nehmen direkt das Gegengift. Hä, ich bin immer noch vergiftet. Nur sechs. Ist immer abwechselnd. Seht ihr es? Oh, gut, dass ich so viele Gegengifte eingepackt habe. Ja, okay. Glückhaft. dieses Spiel ist an Unfairness nicht zu überbieten wirklich. Doch eigentlich schon von vielen anderen in der Nähe spielen. Oh nein. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, denn achte mal auf die Statue, was die machen. Die schießen mit Nikita-Missile. Was zum Geier? Hat Big Boss sich ja ausgedacht und coole Grafikeffekte übrigens. Dank Spiel. Was hat Big Boss sich ausgedacht? Ja, wir errichten einfach antike Statuen aus antiken Griechenland, die Missiles verschießen. Schön Nikita-Missiles, schön ferngesteuert, schön Missiles, Missiles, Missiles. Da freut man sich doch. Naja, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr es gerne favoritieren, sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn es wieder Geist, Snakes, Revenge, vielleicht der letzte Part, wer weiß, die wir im Saus finden. Leute, stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da wirst. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du drauf klicken, da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao. Bis zum nächsten Mal.